Herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy X. Ich bin jetzt offscreen ca. 1,5 Stunden im Kreis gerannt hier vorne und hab mal ein bisschen trainiert. Ich hab jetzt, äh... Ja, Items hab ich auch ein paar gefunden. Aber man sieht schon da drüben an den HP-Werten, die meisten sind so an den 1000 HP dran. Und sollten jetzt nicht mehr so schnell auf die Fresse kriegen. Abilities hab ich mittlerweile auch hier, z.B. bei Lulu, Feuerer, Wasserer, Blitzerer, Eiserer... Also, Luna kann jetzt auch beten. Und Engel... Also, ich hab schon so ein bisschen was... Ah, ja. Bei der Ekstase hab ich letztens auch freigeschaltet, z.B. hier bei Auron. War ja anfangs immer Askese, also füllt sich, wenn man vom Gegner Schaden erleidet. Und ich hab das jetzt mal umgestellt auf Kampfgeist. Füllt sich, wenn man dem Gegner Schaden zufügt. Ich hoffe mal, dass das eine bessere Wahl ist. Jetzt können wir auch endlich mal fast schon gemütlich hier durchrennen, hoffe ich. Die Monsterhorden wüten wieder. Das könnte euch nützlich sein. Hi Potion. Sehr schön. So. Einmal nach oben. Also, ich bin hier nirgendwo weiter gerannt, nur da unten im Kreis die ganze Zeit. Ich habe nichts weiter erkundet. Wir finden es eine Truhe. Ich will die haben. Gib mir Schokop... Ich habe mich beim Leveln immer so gefreut, wenn dieses Scheißviech ankam, weil das schön XP gegeben hat. Und dann kam es nicht. Jetzt fange ich die Aufnahme an und es ist wieder da. Es mobbt mich. Das Spiel mobbt mich einfach. So, warte. Blind. Ah, zack. Ich muss mich mal gucken, wie viel Schaden ich jetzt mit dem neuen Zauber mache. Ja, ist okay. Spheroiden brauche ich auch neue. Die sind mir tatsächlich teilweise ausgegangen. Zumindest die Abilities. Ähm... Mit Auron auch noch mal. Kein Kraft-Spheroid-Faussound vielleicht. Und nichts. Will ich mit Tidus noch was machen? Also... Ekstase-Mode sind bei mir auch alle jetzt mittlerweile freigeschaltet. Langsam eigentlich nur. Komm, lieber sowas hier. Erstmal. Mensch. Die überschneiden sich, wa? Schön, dass ich das schnell sehe. Gut, dann eben so. Einen Kraft-Brecher. Nochmal blind machen. 1700 Health. Ich will jetzt bei Yuna eigentlich noch die Viecher etwas leveln. Nämlich irgendwie das Gefühl, dass die nicht so wirklich Power haben. Sollte ich demnächst wirklich noch mal auf die Schnauze kommen. Dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Nochmal fünf Stunden leveln. Wo war es, du machst irgendwie nicht wirklich viel Schaden. Und zaubern merke ich jetzt auch nicht wirklich einen Unterschied. Einfach mal draufholzen. Sprecher! 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 Ah, Nachtpower. Den Ball hatte ich, glaube ich, schon mal bekommen. Das hätte halt einen Blindschlag. Genau, ich habe den jetzt zweimal. So. Ähm. Brauchen wir nicht. Okay. Gut. Warte. Nicht wegrennen. Küste. Ah. So, Nummer 1. Ach, natürlich hält er jetzt wieder aus. Mein Wacker sollte ja auch reichen. Ähm. Ein ässlicher Pilz. Und weg. So. Tausend Geld. Ich habe wieder Geld. Das verehrte Medium und Gefolgschaft. Bitte nehmen Sie das hier an. Zehn Potions. Uiuiuiui. Na, die heilen aber nicht so viel. Hier geht's weiter, ne? Die Karte verwirrt mich ein wenig. Ah, schon wieder. Wir machen das jetzt ein bisschen schneller. Ich kann das ministre. Ach. Ok. Ich bin nicht. Wer aus. Liegt uns. Ich bin nicht. Also muss ich Miere momentan- Was ich? Was? Was? utet. Was? turning ist wirklich Angst. ари受kupial kümpres. Ein Mensch, wie happening. So, was ist das hier? Hm. Mhm, mhm. Okay. Wie viel damage macht das? Mehr. Jetzt wieder nicht mehr. Hm. Vielleicht diese Reihenfolge? Oh. Piu. Ah. Und nochmal. Ein hässlicher Vogel. Sollte eigentlich funktionieren. Hehehehe. Hehehehe. Kapus. Komm, jetzt mach mich fertig. Ja. Ah. Sehr schön. Ich muss nichts heilen. Doch, ich muss heilen. Also, ich kann nichts heilen. Hallo. Sobald ich die Kiste aufhabe. Ein All-Heil-Mittel. Was kriegen wir hin? Ja, schafft das nochmal? Sehr schön. So, und das Vieh da hinten, damit es nicht wieder überlebt. So, gefällt mir das schon eher. Also, was lernen wir daraus? Weglaufen ist keine Lösung. Bitte schön. Das ist ja schön. Weg da. Hässliches Vieh da unten. Boah. Tausend. Das ist ja schon fast zu einfach. Ich werde es bereuen, das gesagt zu haben. Huch, die hat mich geschoben. Mach das nochmal. Oder gib mir ein Chocobo. Aua. 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 Darf ich jetzt auch? Uh, Auron hat 1500 Health. Hält mir jetzt gerade erst auf. So, wie kriegt man diese scheiß Pilze eigentlich? Moment. Physische Angriffe kontert er mit Pollen, ja? Mhm. Das heißt, ich habe deswegen immer auf die Fresse bekommen beim Trainieren, weil ich nicht gelesen habe, ich Idiot. Oh, warte mal, was ist das? Himm verbündete in Schutz. Naja, ich habe so ein paar neue Sachen geskillt, aber noch nicht ausprobiert. Ja, probieren wir das doch mal. Bodyguard. Ich will nicht wieder eingestepert werden. Geh weg. Ich hasse dieses Mistvieh. Oh, ich brenne, ich schlaf weiter. Oh, ich brenne auch, aber ich schlaf weiter. Ich brenne schon wieder, aber ich schlaf weiter. Na ehrlich, die müssten doch davon wach werden. Die werden die ganze Zeit angezündet, Mann. Das tut doch weh. Mach das mal kaputt. Kaputt, Mann. Ach, scheiße. Nein. Ja. Oh. Nein. Was kriegt das hin? Nicht auf Wacker, nicht auf Wacker. Puh. Vor allem, Auron, du sollst doch Bodyguard sein, Mann. Scheiße. Ich will keine Items jetzt benutzen. Ich hoffe einfach, dass Lulu gleich aufwacht. Nein. So ein Dreck. Na gut, die paar XP jetzt für Wacker. Schade, schade. Oh, da hat er doch was bekommen. Ich hab jetzt nicht drauf geachtet. Äh, Yuna. Okay. Was haben wir hier? Hi, Potion. Hm. Im Krieg gibt es immer Verluste. Wie soll ich denn bitte hier weiter? Ey. Alter. Die schiebt mich einfach weg. Was macht ihr denn hier? Ich schiebe euch. Ich schiebe euch einfach mit den Schokobobben. Ich sollte nicht mit Leuten quatschen, wenn ich selber irgendwas sagen will. Irgendwie... Das fangen wir gar nicht erst wieder an. Ich hab eigentlich keine Lust, das Viech nochmal hier kaputt zu schlagen. Aber naja. Was soll's. Was soll nur? Was soll mal? Sollten wir jetzt besser treffen. Daneben, daneben. So, was da haben wir noch nicht gehabt? Bevor es wieder weg ist. Er schlägt einfach so in die Luft und trifft. Oh. Also jetzt gefällt mir Lulu. Hui. Um sicher zu gehen. Das ist eine Ecke. Und hier ist nichts. Verdammt. Ein Geschenk für das Medium. Bitte benutzt es. Expotion. So, was haben wir hier? Geht's nochmal runter? Aha. Und jetzt? Wer baut denn so eine Scheiße? Na ja, ist ja okay. Hm. Gibt er vielleicht mehr Schaden an den Piechern? Ach, nicht wirklich. Ach ja. Immer auf Wacke. Das heißt nicht, dass du es nochmal machen sollst. Scheiße. 18. Ach, okay. Reicht das? Goodbye. Piu. Yay. Deine Mogri hat ihn fertig gemacht. So, ich sehe jetzt irgendwas. Ah, hier ist ja doch was. Tobsucht, Ralf. Ähm, ich weiß nicht, ob wir das jetzt brauchen. Also Tobsucht war, glaube ich, die Fähigkeit... Äh, ja, nicht unbedingt Fähigkeit. Warte, nimm... Ähm... Aber ihm, natürlich. Ja, Tobsucht und Blindschutz. Ja, wir probieren es einfach mal. Ähm, dass die Leute anfangen, alles Mögliche anzugreifen. Also, wenn man keine Kontrolle mehr über die hat. Ey! Okay, komm, wir wollen jetzt... Wirklich. Wir wollen jetzt mal ein bisschen vorankommen hier. Genug Trainieren gehabt. Erstmal. Noch ein bisschen umsehen. Hahaha. Z ist J. Ist nun ein... Äh, Bettk... Ja, Mann. Okay. Das ist nun ein Hauptquartier. Denn es ist, glaube ich, nix mehr. Oh, Mann. Nein, sind wir nicht. Ich bin jetzt einfach nur noch durch. Ich glaube, wir sind schon... Da, wo wir hin sollten. Wir haben die Gegend um das Hauptquartier gesäubert. Aber nehmt das für Notfälle. Mega Potion. Gata! Komm zurück! Oh. Warum nur du, Herr? Ich will auch, Herr. Ordens sind Ordens. Ich bin nicht ein Cadet mehr, Herr. Ich gehe mit dir und ich es ihnen provee. Ich weiß, dass ich den Kommand-Center auch wichtig bin. Aber ich komme aus Besaid, um gegen Sinnen zu kämpfen, Herr. Ich weiß, aber eine Ordnung ist eine Ordnung, an deinen Post-Krusader. Aber Herr, Herr! Ich habe eine böse Vorahnung. Ich muss jetzt noch mit ihm reden. Er verdient besser. At least, es gibt keine Chance, dass er verletzt wird. Warum sind die Leute, insofern? Nicht die All-Mighty Albed-Machina genug? Sie brauchen noch ein paar Zeit, um sie zu vorbereiten. Unsere Arbeit ist, um Sinnen zu halten, bis sie fertig sind. Waka. Ich kann nicht noch eine Chance sagen, um das zu sagen. Es geht um dein Bruder. Luzu, nein! Was? Ich bin derjenige, der ihn verletzt hat. Entschuldigung. Waka! Waka! Das ist genug, Waka! Als wir mit Blitz spielen zusammen, Chapu sagte... Er sagte, wenn wir die Kupje gewinnen, er erinnert zu Lulu. Und dann, ein Tag, er geht und wird ein Crusader, so wie das. Chapu sagte auch zu mir, dass sein mit deinem Mädchen ist gut. Aber zu halten Sinnen von ihr ist besser. Lu, du wusste? Lu Zhu me sagte, bevor wir weggekommen. Sie hat mich auch. All Crusaders in der Vanguard sind auf der Bühne. Das ist meine Kühle. Luzu, nicht da zu sterben! Und so kannst du mich mehr schrauben? Vieles, vieles mehr! Su Luzu, bitte! Bitte nicht gehen! Ich muss, Yuna. Lass ihn gehen. Der Mann hat bereits den Weg gewählt, wie du, als du ein Summoner wurde. Es wäre lange Zeit, bevor ich wirklich verstehe die Grund, warum Yuna hat Luzu verletzt. Der arme... Lutz. Warum sagen die eigentlich immer Luzu, wenn da Lutz steht, Mann? So, aber damit sind wir auch wieder am Ende der Folge. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin! Bis dahin! Bis dahin! Bis dahin!